Willkommen zurück bei Ghostwire Tokio. Ähm... Okay, hier wird es gefährlich. Dann schauen wir uns einfach mal ein wenig um. Resonance! Ich will nach Akihabara. Ich will zurück nach Akihabara. Was ist das? Ich will nach Akihabara. Ich will nach Akihabara. Ich will nach Akihabara. Ich will nach Akihabara. Klapp. Mach mal. Und... Kann ich noch mehrere gleichzeitig? Ich will nach Akihabara. Ich will nach Akihabara. Aufheben. Ah, Essen. Essen. Essen gut. Essen gut. Onigiri. Toonfisch Mario. Na gut. Toonfisch ist nicht so für mich. Aber es gibt... Ähm... Ich kann euch mal ein paar Anekdoten aus Japan erzählen, während ich das hier mache. Ich sag mal so... im 7-Eleven und im Family Mart, das sind 24-7 Läden. Da gibt es schon echt geile Sachen. Also da gibt es auch richtig geile Sandwiches. Boah, schmecken einfach gut. So, was kann ich hier tun? Tor reinigen. Reinige ein Tori. Okay. Ein bisschen Nebel jetzt weggemacht. Ist das so eine Art Turm von Far Cry? Oder... von Ubisoft? Gehen. Du hast... Zehn neue Katashiro erhalten? Hund? 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 Seit wann gibt's hier Hunde? Hallo Hund. Halt sie auf. Oh... Nicht mal gleichzeitig? Ja klar nicht, sehr schön. Okay, ich kann Geister absorbieren. Ich würde es nicht wundern, bei mir fährt gerade der Müllab vorbei, was natürlich sehr praktisch ist. Ich höre rein gar nichts, aber okay. Ich soll zu einer Telefonzelle, aber wieso zu einer Telefonzelle? Hier sind noch mehr Geister. 104 Geister absorbiert. Hier ist der Telefonzelle. Ich habe die Telefonzelle. Ich habe die Telefonzelle. Was ist das? Das ist die Edo. Ich habe die Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Die Karte der Karte ist in der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Das ist das Karte? Das war's. Ich kann niemanden retten. Du bist nicht in Ordnung. Dann... Ich bin nicht in Ordnung. Ich bin nicht in Ordnung. Ich muss währenddessen einfach nochmal irgendwo, wenn ich Geister sehe, dann geistern zu wissen. Und überall Spielbüro werden spezielle Vorrichtungen im ganzen neuen Tapu-Zellen gebaut. Es handelt sich dabei um Geräte, durch die deine mit Katashiro abgebieten Geister sich auf der anderen Seite der Barriere übertragen werden. Ed, ein Freund von Kay, nimmt sie im Empfang und hilft ihnen, wieder in menschliche Schalter anzunehmen. Je mehr Geist, dass du überträgst, desto mehr EP erhältst du. Versuche also, so viele zu retten, wie du kannst. Okay. Gut, Tuna. Irgendwie Geld? Gelbe Äther-Grysalde. Während der Schöne-Kundesschlüsse gelingt, leuchtet eine gelbe Äther-Grysalde. Zerstöre sie, um Wetter von Maika zu erhalten. Ach, muss ich Kassel absolviert. Was ist das? Willst du noch mehr, Maika? Der Maika macht das Würstchen. Ich hab grad' ne Kinderstimme gehört. Ich hab grad' ne Kinderstimme gehört. Ich hab's nicht vorhin nicht. Ich muss da hoch. Hier ist auch noch ne Telefonzöne. Bringt es das, die immer halt... Irgendwie überspringen. Ja. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Machst du mal das Leben wurde erhöht? Ich hab' anscheinend eine Art Level-Up. Gibt's irgendwie ein Fertigkeitsmenü? Wenn ja, weiß ich nicht mehr, wie ich's aufrufe. Ja. Wenn ja, weiß ich nicht mehr, wie ich's aufrufe. Okay. Irgendwie muss ich ja aufrufen können. Oh, das ist, glaub' ich, anscheinend irgendwie ein Kameramodus. Okay. Den Kameramodus wollte ich jetzt nicht aktiven. Aha. Okay. Auf M kann ich auf jeden Fall Fertigkeiten. Hier. Ähm. Habe ich Punkte zu verteilen? Fertigkeitspunkte 10. Ja, tatsächlich. Schnelleres Schleichen. Der Ätherschlag. Ähm. Perfektes Blocken. Ist nicht so meins. Äh. Kerner für Ferien. Ritzel, die Zähne für und dann Kerner für extraiert. Das könnte sehr, sehr hilfreich sein. Ähm. Aber was ist denn mit immer Shift? Die brauche ich auch Fertigkeitspunkte für, ne? Für... Was ist das hier? Das sind die Fähigkeiten. Das haben wir hier. Perfektes Blocken. Konter. Ausweichen. Ausweichen. Auch gut. Bodenschlag. Schnelle Auslöschung aus der Luft. Okay. Das ist jetzt alles kein Muss. Das ist alles kein Muss. Also ich würde jetzt gerne erstmal... Ähm. Das hier lernen. Dass ich theoretisch mich regeneriere. Also ich muss das nachzeichnen. Äh. Hat das funktioniert? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Tendenz steigend unverändert. Ich hab kein gutes Gefühl dabei. Für Ed, oder? Das ist normal. Ja. Ja, man hat 5,000,000 oder 10,000,000, oder weniger. Was ist das? Man kann es nicht mehr wegnehmen, aber es ist mir egal. Nur, woher ich bin. Ich bin deine妹. Wo ist das? okay es gibt keine Situation und von KKF aber hast aber ich habe verschwunden Person an der Fiskulis Sitzel es wird jetzt sind sie Fächtigkeitspunkte für Gaskraft gewähren das ist ein Art Quest oder das ist ein Problem Narnie kann es sein können KKs Aufzeichnung KKs Alter Aufzeichnung sind auf der ganzen Karte versteckt findest du sie erhältst Fertigkeitspunkte für Gaskraft und Verbesserung der Fähigkeit ach so ich habe jetzt ohne irgendwas zu tun einfach Fertigkeitspunkte bekommen oder was brauche ich alle sofort danke Rinko das heißt ich muss jetzt auch wirklich genau mich umgucken und noch eine Maske oder darum mal Hundefutter ich finde Hundefüttern am der Geisternahrung Nahrung zur Unterwerden Regenert Lebensmittel wie normale Nahrung gefällt sich auch an Verbesserung deiner Fähigkeiten die fürbleibenden Effekte aber wird unten links auf dem Bildschirm gezeigt okay witzig kleines easter egg ja das ist das symbol von dem entwickler das hatten wir schon untersucht das öffnen gucken wir uns das bild von kk an tat er hat von denen ist doch wahrscheinlich er oder Vielleicht auch nicht, wer weiß, keine Ahnung Wir schauen mal Ich nehme an wegen dieser Kiste, hier sind wir hier Was? Was ist das? Ich bin ein Kateslender, aber nicht. Ich bin ein Kateslender, wenn ich das nicht weiß Ich bin ein Kateslender, nicht. Ich bin ein Kateslender, aber ich hab's nicht gemacht Ich bin ein Kateslender von Kateslender. Das ist Kateslender, die ich mir verstanden habe meine Fähigkeiten noch mal erhöhen. Ähm. Ah, ich hab... Ah, Kampfkernangriff. Kann nicht von Gegner unterbrochen werden. Das ist ja auch echt geil. Das ist schon echt cool. Maggatappen. Was wird benötigt? Okay. Noch mehr LP-Regenerationen vielleicht für den Anfang nicht nötig. Ach, das ist... Ich kann... Ich will so viel lernen. Oh, was ist das? Ach so, das ist... Ups, jetzt bin ich ins Nahrungsinventar gegangen. Leben plus 85. Maximal das Leben plus 0,4. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich kann mir... Ich kann mir eine Kuh auf den Kopf setzen. Okay. Ähm. Ich glaub, ich bleib so, wie ich bin. Ach du Scheiße! Ist nicht euer Ernst. Okay, nein. Ähm. Das ist mir... Das ist mir too much. Ich wollte eigentlich... Genau hierhin wollte ich eigentlich... erhöht den Angriff-Zentrum von Angriffen über Windweben. Aufkladen Angriffen. Äh, was ist das hier? Ja. Ja, gucken wir einfach mal. Kann jetzt ein bisschen schneller Wind... Wind... Geht. Okay. Ja, da, ja, da. Ja, da, ja, da. Okay. Ich hab irgendwas kaputt gemacht und dann... Oh, ich hab nur 6 Minuten Zeit. Was war das denn? Oh, hab ich nur 6 Minuten Zeit. Okay. Was zum... 5 Minuten Zeit für Barriere. Oh die Shit. Schöner Ausblick. Ich glaub ich sollte hier nicht sein. Kannst nicht mehr tragen. Feine. Wie? Bogen aus was mit... Wo ist meine Feine? Bogen anpacken mit... Japanischer Kalender Teil 2. Okay. Das war jetzt eigentlich nicht das was ich wollte. Ich dachte ich gerade bin... Gerade in einer. Hoppala. Kann ich mich im Schrank verstecken? Wir gehen einfach mal raus. Gucken was passiert. Ich beeil mich ja schon, KKM. Sorry. Huh. Du... 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 Keine Ahnung ob ich hier richtig bin. Aber wir versuchen es einfach mal. Hallo? Ja. Ühe. Höh. Äh. Hala? Nein. Äh. Hier durch. Habe ich! Habe ich. Danke schön. gehe hinaus erstmal würde ich gerne aufs dach irgendwas tolles gibt es hier bestimmt auf dem dach oder auch nicht New York von oben ich weiß nicht ob es Fallschaden gibt deswegen ich springe jetzt mal lieber nicht hier einfach irgendwo runter das könnte mein Tod sein deswegen gehen wir mal ganz vorsichtig und entspannt runter ok wir kommen aber nicht weiter manche Geister sind buchen und Verderbnis gefangen mit der Geister sich kannst du die Kräle der Verderbnis sehen und sobald die Kölzer Schuhrtost und Jugendgeister frei ja eigentlich aber erstens sind irgendwie so Kaufpunkte wo ich bedenke Fujiyamark ich habe viele miaußer gewöhnliche machen sehzeig ruhig um ok dann gucken wir mal wie miaußer gewöhnlich das ganze hier ist 300 für ein Pfeil hola foto ok ok also wir haben hier ganz viel zum wir weiß halt nicht ob das sinnvoll ist so ein Ding direkt mal zu kaufen wir kaufen ok 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 Das war's. die mit der wülle die jahre nicht die hinzubekommen dann doch ok welche richtung soll ich neben dem so um der ende schien war schreit das nächste das war aber erst nächsten paar die sagen bis nicht partisch was die videos die